Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es sehr gut. Das hier ist kein Promenhof. Das hier ist traurig. Das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr bei IGJ, da mein Leben-Boss mit der Polizei arbeitet. Intensiv mit der Polizei arbeitet so. Er hat Polizeischutz bekommen. Okay, konnte man irgendwo noch verstehen. Seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Und ich bin nicht für sowas. Und es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat. Den ganzen Team. Aschaf, der ihm geholfen hat. Der ihm nächtelang mit ihm war, seine Probleme angehört hat. Ihm geholfen hat. Ihn aus der Scheiße gezogen hat. Weissel, der immer neben ihm stand. Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat. Und mich, Digga. Ich habe mich für alles eingesetzt. Und die Leute haben gesagt, mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Weil ich dachte, wir sind ein Team. Aber wir sind kein Team. Der Polizei ist jetzt ein Team. Ich würde grüße.